Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung heute am Dienstag Mittag für mich tatsächlich schon. Es geht heute mal wieder um den Stream heute Abend und zwar habe ich mir gesagt so hey wie sieht denn das aus Scroll, was möchtest du denn heute Abend eigentlich am liebsten spielen und dann bin ich tatsächlich wieder so wirklich wirklich hin und her gerissen gewesen von wegen so oh eigentlich hätte ich schon Bock, tatsächlich hätte ich auch wieder Bock auf Hearthstone. Das muss ich ja mal, was der hell, ich hatte hier gerade so ein Kleber irgendwie an der Hand. Tatsächlich hätte ich auch mal wieder Bock auf Hearthstone, so eine richtig schöne Runde. Die andere Sache ist, ich habe mir gedacht Hearthstone haben wir erst gestern gespielt, deswegen möchte ich eigentlich etwas anderes spielen und dann habe ich mir überlegt, okay Scroll, was kannst du denn machen, was deine Leute auch sehen wollen und dann habe ich mir ganz einfach gedacht, da das letztes Mal so richtig richtig gut geklappt hat, was mir richtig toll gefallen hat, will ich das wirklich gerne jetzt erneut machen. Und zwar würde ich gerne eine Abstimmung starten über Straw Paul, wo ihr abstimmen könnt, was für ein Spiel wir heute Abend spielen werden. Die Abstimmung wird dann, ich glaube ab, wann kann ich das nächste Mal gucken, ab 19 Uhr geschlossen, der Stream beginnt zwischen 20 Uhr und 20 Uhr 30, so wie immer, so um 19 Uhr rum wird die Abstimmung dann geschlossen. Vielleicht mache ich es auch einfach erst, dass ich halt das Spiel, wenn es halt noch sein müsste, noch installieren muss, weil ich habe auch nicht alle Spiele jetzt installiert. Und was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ach, ich wollte Cobble formen. Ja, das werden wir wieder so machen, zu den Spielen, die wir heute Abend spielen können, wenn ihr euch dafür entscheidet natürlich, wenn sich die Mehrzahl von euch dazu entscheidet. Ich habe mich wirklich jetzt mal gegen die größere Meinung hier jetzt einfach mal gestellt, muss ich sagen, weil ich habe mir gesagt, hey, heute machst du einfach mal kein LOL, heute machst du auch mal kein House Stone. Einfach weil theoretisch haben wir das ja eigentlich jeden Sonntag House Stone deswegen. Und LOL möchte ich in nächster Zeit sogar ein bisschen öfters was bringen vielleicht. Muss ich mal noch gucken, wie es zeitlich damit reicht. Ähm, was heißt in nächster Zeit, Leute? Ich muss jetzt hier auch mal sagen, dass, äh, dass jetzt ja bei mir die Prüfungszeit ansteht. Das heißt also, ich muss auch ein bisschen mehr büffeln. Das heißt also, äh, in nächster Zeit dann so in einem Monat oder sowas kommt da mehr zu, LOL. Aber es wird immer mal wieder vielleicht ein Stream geben in Richtung LOL. Der gute Stormblade hat sich da jetzt auch wieder ein bisschen eingefuchst. Der Sascha ist jetzt wieder ein bisschen mit am Start. Und da können wir das auf jeden Fall eigentlich ganz gut machen. So, was für Spiele können wir heute Abend spielen? Wir können heute Abend spielen auf jeden Fall Heroes of the Storm. Hätte ich sehr, sehr Lust drauf. Ich weiß, es ist theoretisch auch in die Richtung MOBA, aber es ist halt doch noch... Ich finde tatsächlich, es ist ein bisschen entspannter, weil man halt da Teamplay ein bisschen machen muss. Vielleicht kriege ich da, wenn wir das spielen, auch einen Storm organisiert dafür. Wir können spielen Pokémon TCGO, also das Trading Card Game. Äh, würde ich gerne mal ein Turnier spielen. Ich weiß zwar nicht, wie lange das dauert, aber ich würde mal gucken, wie das aussieht insgesamt, weil ich habe das ja eigentlich noch nie gemacht, so dieses, äh, dieses Turnier gespielt. Und deswegen wollte ich mir das einfach mal insgesamt ein bisschen angucken. Das nächste wäre Pokémon, also nur Pokémon. Ich muss da gucken, wahrscheinlich wäre das dann Feuerrot oder sowas gewesen. Wenn ich es hinkriege, also wir werden das Ganze über einen Emulator wahrscheinlich spielen. Wenn ich es hinkriege, wird das Ganze dann auch irgendwie... Es gibt ja diese Nuzlocke Challenges und Challenge hier, Challenge da, dass wir halt gucken, dass wir dieses... diesen Random Factor mit reinkriegen. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend und deswegen... Mal gucken, vielleicht kriege ich das hin bis dahin und dann können wir das eigentlich... Sollte, sollte möglich sein. Das nächste, was ich, ähm... Was ich, worauf ich wirklich Bock hätte, wäre tatsächlich auch mal wieder Gewand. Ich habe Gewand jetzt ein bisschen weitergespielt. Ich habe jetzt die Skoya Tell durch. Ich habe die Skellige relativ weit. Ich glaube, da habe ich auch schon die erste Tore wieder gefarmt. Und, ähm, die Monster sind halt diejenigen, die mir eigentlich noch größtenteils fehlen. Ich muss sagen, das Spiel hat sich in eine sehr, sehr positive Richtung entwickelt. Ich habe jetzt wirklich eine Woche lang, hatte ich, äh, mal keine Zeit zum Spielen oder so. Und dann habe ich es mir jetzt nochmal angeguckt und das hatte... In der Woche kam, glaube ich, ein oder zwei Patches raus und das hat es komplett wirklich verändert, Leute. Die Skoya Tell spielen sich jetzt komplett anders. Die Monster spielen sich jetzt tatsächlich komplett anders, was ich super, super interessant finde. Deswegen fände ich das auch nicht schlecht. Wir können aber auch wirklich wieder in die Richtung Retro gehen. Also, sagen wir es mal so, wir machen einfach, ähm, ihr guckt einfach in die Beschreibung rein. Ich werde jetzt nicht jeder einzelne Spiel hier mal aufzählen, weil das sonst wirklich zu viel wäre, was wir theoretisch spielen könnten. Sondern, ihr, wir können ja einfach hier sagen, hey, guckt einfach in die, in die Beschreibung rein. Da ist das Drop-Hall-Link, da könnt ihr draufklicken. Es wird wahrscheinlich so mehr oder weniger in zwei Kategorien aufgeteilt sein. Die ersten drei Spiele, die ich jetzt hier wirklich aufgezählt habe, waren ja auch, äh, Hots, Pokémon TCGO und Gwent. Das sind halt die Spiele, die halt jetzt ein bisschen neuzeitlicher sind tatsächlich. Und ansonsten wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen Retro-Stream-mäßig. Sowas wie Pokémon, ähm, Rollercoaster Tycoon, Dungeon Keeper, wer es vielleicht kennt, Age of Empire hätte ich dazu auswahl, Day of the Tentacle. Warcraft 3 geht leider immer noch nicht, äh, an die Leute, die gerne Warcraft 3 sehen würden. Weil es immer noch so ist, dass, ähm, dass die Video-Cutscenes, die eigentlich wirklich die Story so mehr oder minder erklären, einfach nicht playable sind. Man kann sie nicht abspielen, über OBS zumindest kriegt man sie nicht richtig angezeigt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die einen großen Teil der Story einfach erklären. Ähm, ansonsten, ja, während das eigentlich so, guckt einfach, während das so die meisten Spiele, guckt einfach wirklich bitte in die Videobeschreibung rein. Da werdet ihr auf jeden Fall den Strawpaw-Link finden. Und da wird es dann halt auch dazu gehen, von wegen, was für ein Spiel wir denn uns da aussuchen können. Und ich werde jetzt das Bett mal noch hier hinstellen, weil ich das eigentlich ganz schick finde. So. Ähm, da wird es noch darum gehen, was für ein Spiel wir halt einfach spielen. Einfach abstimmen. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend wieder zu einer wunderschönen neuen Folge, äh, zu einer wunderschönen neuen Stream. Und dann hätte ich mal gesagt, liebe Leute, bevor ich mich jetzt hier noch weiterverquatsch schaue, schaut rein. Bis heute Abend dann. Türelü. Türelü. Türelü.